Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Waschmaschine an so einem Waschbeckenabfluss anschließen und zum Beispiel auch eine Spülmaschine nachträglich noch in der Küche am Abwasser anbringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich baue mir hierfür mal ein sogenanntes Verstellrohr mit Geräteanschluss in meinem vorhandenen Siphon ein. Dieses gibt es übrigens auch aus Kunststoff bzw. vergromt und wir können es natürlich auch normalerweise bei fast jedem Waschbecken sofort anbringen. Zuerst einmal gebe ich meine Überwurfmutter ganz nach oben und dann kann ich es auch schon an meinen alten Siphon nämlich gleich hinhalten, dass wir hier oben bündig sind. Und nun müssen wir einfach darauf schauen, dass wir bei diesem etwas dickeren Teil hier einmal genau die Mitte nehmen und das Ganze auch schon bei unserem Verstellrohr anzeichnen. Im nächsten Schritt müssen wir das Ganze auf die richtige Länge kürzen. Hierfür können wir entweder mal eine Eisensäge verwenden, dann müssen wir aber anschließend noch unser Verstellrohr auch am besten mit einem Cuttermesser etwas entgraben, dass dann natürlich auch keine Verschmutzungen hängen bleiben. Oder aber wir nehmen gleich so einen speziellen Rohabschneider her, so wie ich es jetzt mache. Wenn unser Bauteil richtig gekürzt ist, können wir auch schon mal unseren alten Siphon schon dementsprechend auseinanderschrauben. Hierfür einfach mal hier oben die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn lösen, dasselbe Spiel dann auch hier unten drunter und dieses Stück können wir nämlich anschließend auch schon aus dem Siphon ganz einfach herausziehen. Anschließend muss ich noch die Überwurfmutter von meinem alten Tauchrohr einmal herunternehmen, da so eine bei meinem neuen Verstellrohr leider nicht mit dabei ist. Das haben wir jetzt auch schon gemacht und als nächstes kann ich dann einmal dieses Verstellrohr nehmen, anschließend die Überwurfmutter richtig rum aufsetzen. Bei mir schaut das Ganze übrigens relativ kurz aus, doch es sollte auch auf jeden Fall passen. Und dann einmal die Dichtung hier unten richtig rum drauf geben. Wichtig ist, dass der Keil einfach nach unten zeigt. Da alles vorbereitet ist, können wir das Verstellrohr jetzt auch schon mal hier unten einsetzen und diese Überwurfmutter einmal per Hand anziehen. Das Ausrichten mache ich einfach danach und nun müssen wir noch einmal eine neue Dichtung verwenden, diese hier oben drauf setzen und können dann auch schon die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn an unserer Ablaufgarnitur einmal festdrehen. Danach, wie gesagt, das Ganze wie gewünscht ausrichten und dann kann ich nämlich diese Verschraubung auch schon deutlich fester anziehen. Normalerweise reicht per Hand aber vollkommen aus. Als nächstes das Waschbecken voll mit kaltem Wasser füllen, den Ablauf öffnen, das Wasser trotzdem weiterlaufen lassen. Und zum Schluss können wir mal mit unseren Fingern noch alle Verschraubungen überprüfen, ob das Ganze auch dicht ist. Bei mir schaut das auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch schon einen Abwasserschlauch von einem beliebigen Gerät hier an dem Gerät der Anschluss anschließen können. Und wir müssen das Ganze natürlich anschließend noch mit so einer Schlauchschelle festziehen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein Verstellrohr aus Kunststoff bzw. auch vergromt oder auch gleich einer Rohabschneider bzw. solche Schlauchschellen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.